Okay, vielleicht sollte sich das auch Skill Sich etwas nähern Hey du, komm lass uns tanzen, erwischt! Das sieht nicht gut aus für dich Du, 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 du! Oh neee! Ahhhh Und wenn ich jetzt hier wieder reingeraten Ich habe noch nicht mehr reingeraten, erwischt! Ich habe noch nicht mehr reingeraten, erwischt! Nein! Puh! Entschuldigung! Ich bin gerade mal am konzentrieren! Ich war immer... Ich bin immer noch... Ist da gerade der Boden eingebrochen? Ich bin gar nicht mehr reingeraten, ich bin gar nicht mehr reingeraten! Wir zeigen auch noch viel Gut Noch A sehr schön das kann ich fünf kerne ziehen ich frage mich wie kann ich eigentlich speichern kiste du bist so vielleicht werde ich vielleicht werde ich das ding das ziehen doch noch etwas sprachlos das war gerade etwas zu viel plötzlich kommt der typ von hinten und vor allem die weltraum schlacht also da war ich doch ziemlich gut da haben wir das auch erledigt wenn wir weiter gehen weil er kann uns die karte aufdecken ist sinnvoller als wenn wir das jetzt selbst untersuchen ja aber war cool meine fähigkeit wird jeweils mit kämpfen aufgeladen das heißt eigentlich dass ich die waffe von meinem fliegermann verbessern kann die waffe hat keinerlei effekt was ist denn gegen gravitation sinnvoll woher kommen wir denn da raus ok ok feuerwerbel feuerwerbel da habe ich gravitation mit feuer kombiniert eigentlich auch nicht schlecht starlink datenbank aktualisiert äh was haben wir hier ist das so ein außenposten ja können wir hier hallo so sie können ewig versuchen legion patrouillen auszuweichen aber der einzige weg sie zu stoppen ist ihren extraktor auszuschalten habe ich eigentlich erledigt 100 kopf raffinerie auf die ich kein zugriff erhalte ja dann kriege ich vielleicht später dass es immer noch so weit weg ist das hat man früher gewusst warte moment das ist wieder so eine scheißanlage das einzige gut daran ist dass ich hier gibt es mit hier ein kälteverstärker ein kälteverstärker was ist damit eigentlich gemein ich konnte mal vorhin was zerstören in irgendein kälteverstärker gut Die kann ich nicht zerstören. Ich fände das immer noch komisch. Und hier sollte... Das sollte auch... Okay. Hier wird mir aber angezeigt, dass hier ein Schatz ist. Reichweitenverstärker. Ich habe das gesehen. Ach so, das ist... Okay. Grob, das kauft das Doha. Oh Gott. Okay. Okay. Ich finde das immer noch nicht interessant. EP-Verstärkung. Was kriege ich hier? Power-Munition. Aber den habe ich ja jetzt geholt. Genau. Trotzdem wird mir das immer noch angezeigt, als wäre hier noch was Brauchbares. Das ist das Einzige, was es hier drin hat. Okay. Das ist das Einzige, was es hier drin hat. Da hat es aber auch noch etwas. Hoppala. Da ist zwei drin. Also eigentlich nichts, nichts. Jawoll! Box eins. Böser Kerl null. Schellige Generationen werden natürlich auch äußerst nice. Einer. Hier haben wir Nummer eins. Von ihm erhalte ich... Schmettermunition. Die Frage ist, wo ist der andere? Wo ist der andere Seite? Wo ist der andere Seite? Gut. Also Geld muss ich sammeln, so oder so. Das müsste irgendwie der da oben sein. Da unten? Da. Immerhin dieser scheiß Bugs! Ah! Auf Glück sehen Sie das. Das ist ziemlich... Ich habe jetzt nicht bemerkt, was ich bekommen habe. Dankeschön. Aber es ist immer noch nicht fertig. Es ist immer noch nicht... Ich habe... Ich habe alle Schätze abgeklappert. Aber was ist hier meine Aufgabe? Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Spiel zentrieren. Ähm... Was haben wir denn hier? Neues. Wir haben überall ein bisschen was Neues. Ähm... Da habe ich bekommen. 25... 25... 25... Kälteschaden. Naja... Naja... Da habe ich bekommen... Handling... Handling... Da ist er eh schon hoch. Nein! Ähm... So... Für... Ich habe eigentlich... Den hier. Und zwar Schaden bei gefrosteten Zielen. Äh... Plus... Halt ein Prozent des gewirkten Schadens. Wieviel machen die? Die machen 60. 60. Ähm... Ein Prozent. Das wäre 0,6. Äh... 0,6. Mindestens eine Energieverbrauch beim Abfeuern dieser Waffe. Was habe ich denn eigentlich? Plus... 50 Elektronen von Schiffen und Legionen, die zerstört werden, wenn diese Waffe ausgerüstet ist. Dann das Zeugscheiß zurückwerfen. Plus... EP mit dieser Waffe. Dafür habe ich nicht genügend Freislots. Dann... Waffen ausrüsten. Kälteschaden. Die zehn Prozent, die zwei... Die zwei Schaden, das nützt einen Scheiß. Was ist das? Reichweite. Rückstoß. Müll. Was habe ich denn? Ich habe da jetzt das Spektrum drin. Das Einzige, was jetzt noch wäre... Energieverbrauch. Minus zehn. Könnte ich... Was... Effizienz... Wenn ich einen großen Verstärker freischalte, haue ich den rein. Obwohl, ich habe 119. Für am Anfang ist es wahrscheinlich wichtig, Elektronen zu haben, aber später... Was ist das? Oh, und du könntest noch so einen ausrüsten. Und den kann ich natürlich nicht ausrüsten. Und dann... Zehn Prozent, halt... Einwirkende Schaden... Was haben wir das? Ja, ja. Dann lassen wir das mal... So. Pilotenfähigkeit. Hoppala. Noch bin ich Stufe 3 eingestellt. Gut. Okay. So. Was finden wir hier noch, damit ich... Das wäre doch nicht diese Geschichte hier. Das ist die Geschichte. Weil die Spectrum geben trotzdem nicht so viel. Ich kriege immer nur 50. Jetzt schon wieder ein EP-Puster. Aber ich habe doch den jetzt Geld, oder nicht? Können wir gleich mal schnell nachgucken. Mod in Bucht. Ja, da warten wir gerade noch drauf. Und ich habe Mod Fusen. Genau. So, wenn ich 3 habe. Das heißt... Ich habe eigentlich 3 von diesen. Wer verwendet die eigentlich gerade? Keiner. Keiner. Okay. Mod Fusenieren. Ich drücke X. Ich drücke X. Äh. Vorbereiten für Fusen. XP 1. Um eine Leistung schenken im Mod zu erzeugen. EP 2. Zum Glück braucht es Null. Kostet nur 1000. Und dann gibt es nur 15%. Ernsthaft. Ah. Eine Gute. Und dann geht es nicht. Also, hier war ich auch schon. ok das bringt mir genau nichts ich habe keine ahnung was ich hier machen muss finde ich sicher im sicher im verlauf des spiels aus weiter noch ein frack das nehmen wir mit das leben wir draußen im feld kann hart sein besuchen sie doch mal meine werkstatt wir können ihnen sicher mit ausrüstung helfen ein pfeil oben finden was ist pfeil oben ich habe doch kein pfeil gedrückt halten vor allem hallo ich komme gerade mit einigen proben zurück denken sie daran gefundenes biologisches material zu einem observatorium zu bringen ich bin keine bedrohung feuer einstellen bitte tschuldigung ich komme gerade mit einigen proben zurück denken sie daran gefundenes biologisches material zu einem observatorium zu bringen äh wo ist denn dieses biotom da ist die das observatorium wie weit muss ich eigentlich noch fliegen für das verdammte ding ich weiß nicht ob die waffe wirklich so einen richtigen bums drauf hat oder nicht wo ist denn das da ähm auch klar bitte tun sie mir nicht weh ich habe nichts falsches getan du nicht gibt wenigstens ein bisschen wie lautet ihr aber wie läuft ich bin fox und auf der suche nach jemandem vielleicht können wir uns gegenseitig helfen ich versuche herauszufinden was sonnenschreiter so flink und so schnell macht mit sicherheit können wir von meiner forschung profitieren wenn sie mir körper auf dem skates bringen ok ok ja 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 klar das我们 den Ähm, gewöhnliches Material. Mentalfunk, okay. Ah, okay. Sonnenreiter. Ich sehe hier gerade nichts. Hier gibt es gerade keine Tiere. Ja, sehr schöne Zwischenzirrung an Analyseziel Sonnenschreiter. Das brauche ich. Scannen Sie es. Fantastisch. Weiter zum nächsten Exemplar. Ich denke, ich habe ihn nicht hingegangen. Wer wäre es, wenn du es selbst untersuchst? Noch einer? So, von daher sollte man eigentlich auch nur noch einen. Ich habe doch hier was Bombsen gehört. Ah, guck. Also, wenn ich noch für Quests sowas... Ja, ich hasse... Warum müsst ihr mir im Weg stehen? Warum? Sonnenschreiter. Wow, der ist wunderschön. Man nennt ihn den Sonnenschreiter. Angeblich ist der aber nicht allzu freundlich. Hm, was zu mir war er freundlich. Starlink-Datenbank aktualisiert. Äh, 2 von 3, was kommt? Dich habe ich schon gescannt, sonst könnte ich dich nochmal scannen. Dann zwinge ich dich nochmal, dann habe ich dich auch voll. Okay, das ist keine Reihe. Das hätte man wesentlich besser lösen können. Was ist hier ein Federhirsch-Gewölbe? Achtung, Sie müssen den Analysator wieder beschaffen, um die Mission zu beenden. Ja, ja. Mach ich halt, mach ich halt, mach ich halt. Das ist ein Federhirsch-Gewölbe. Sie können die Knochen Ihrer Beute nicht verdauen, also würgen Sie sie raus. Uuuaah! He, 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 he. Der Junge gibt mir sowas auf den Keks. Ey. Das sind schöne Tiere. Auf die bin ich gespannt. Käfer. Ein Flinkhauer. Ach, das ist der Flinkhauer. Sieh mal, wie hübsch er glänzt. Ihre Fühler versprühen offenbar einen süßlichen Duft. Schön. Der Käfer gefällt mir auch. So, jetzt fällt nur noch ein, so ein, ein Vogel. Und dann haben wir es erledigt. Springerstock. Ich muss zuerst das hier erledigen, bevor ich mich in den Springerstock befinde. Anwärmung an Analyseziel Sonnenstreiter. Oh, ja, sehr schön. 50%? Ausgezeichnet. Bringen Sie den Analysator zurück, dann kann ich anfangen, mich durch die Daten zu arbeiten. Ich hätte das Zeug auch so scannen können. Warum muss ich... Fuck you. Ich hätte das Zeug eigentlich auch so scannen können. Upgrade. So, Waffensaltern jetzt. Hoffentlich kann ich mit diesen Daten die Geheimnisse hinter der Mechanik und der neuromuskulären Steuerung der zweibeinigen Fortbewirkung der Sonnenschreiter lüften. Kein Problem. Kein Problem. Neuer Ort, 33%. Oh, Starlink. Stet sein Vergnügen. Okay. Ähm. Oh, Extraktionskern. Haben wir aber praktisch erledigt. Ah, okay. Genau was wir brauchten, um die alten Sensoren zu verbessern. Mit etwas mehr Hilfe von ihnen können wir sicher noch weitersehen. Das freut mich. Gibt es noch irgendetwas? Nein, gibt es nicht. Ich könnte noch ein Federhirschgewölbe abgeben. Dann ein Gehebe das eine zur Raffinerie. Okay, dann ist das Sammelsache verstanden. Aber wir müssten jetzt nicht eigentlich meine Waffen entdecken. Drei von drei Spezies. Ähm. Oh, wenn ihr der stummen Wächter sammeln, Elektron bringen, ist ja seine Regeln und Liefer zu ihm verbündet. Fünf Miner und vier Konzentrieren. Konzentrieren. Mit dem kann ich ja noch nichts anfangen. Der wird wahrscheinlich angegriffen, wenn ich das richtig interpretiert habe. Das war der Springerstock. Das war die... Entschuldigung. Okay. Ja, dann machen wir das. Gehen wir zur Raffinerie. Lernen wir zuerst mal die Raffinerie kennen. Stopp! Das hier ist Privatbesitz. Sofort weg hier. Sonst kann das Böse enden. Ganz ruhig. Ich will nur reden. Shade schickt mich. Shade? Die Knallbirne hat mir doch eh nie zugehört. Das überrascht mich nicht. Also, ich hab nur ein paar Fragen und dann bin ich wieder weg. Hm. Die Sache ist die. Ich lasse mich nicht gern zum Narren halten. Wenn ich was tun soll, muss es sich für mich auch richtig lohnen. Das ist der harte Typ. Hilfe anbieten. Meine Raffinerie durchkämmt das Gebiet nach Mineralien. Aber ein paar Sorten fehlen noch immer. Wenn ich eine seltene bekomme, können wir vielleicht reden. Okay, finde und beschaffe dieses seltene Mineral für den Prospektor. Wenn du das Erd sammelst, das er nicht finden kann, hilft er dir vielleicht. Gut, Erze. Also kann ich Fauna sammeln für die Ausposten und Mineralien für die Raffinerien. Okay. An der Stelle mache ich nochmal eine kleine Pause. Weil ich schon Mittag habe ein bisschen Hunger. Dann sehen wir uns dann gleich wieder. Danke fürs Zusehen. Bis demnächst.